Grüß dich und herzlich willkommen bei einem Videozyklus von Projekt Mathematik macht Freude Freunde. Ich heiße Hubert und ich bin dein Coach für diesen Videozyklus. Wir werden uns im Verlauf der nächsten Videos das Arbeitsblatt Ähnlichkeit und Winkelfunktionen genauer anschauen. Die PDF-Datei dazu findest du auf der Website, die unten eingeblendet ist. Am besten ladest du es dir runter und am allerbesten druckst du es sogar aus und hast es immer vor dir liegen, wenn du dir ein Video von mir anschaust. Es sind nämlich oft Arbeitsaufträge auf diesem Arbeitsblatt drauf und das ist halt praktisch, wenn du die machen kannst. Ich werde dir auch die Zeit dazu geben, aber prinzipiell gilt jederzeit, auch wenn ich das nicht explizit sage, du kannst jederzeit pausieren und du kannst jederzeit nochmal zurückspulen und deine Passage nochmal anschauen, wenn du irgendwas nicht verstanden hast. Was erwartet uns in diesem Videozyklus? Das Arbeitsblatt heißt ja Ähnlichkeit und Winkelfunktionen. Ähnlichkeit bedeutet hier, oder bezieht sich hier auf die Ähnlichkeit von Dreiecken. Ich kann ein Dreieck größer machen und wenn ich dabei die Winkel nicht verändere, dann nennt man diese beiden Dreiecke, also das Kleine und das Große, ähnlich zueinander. Wir werden lernen, dass in ähnlichen Dreiecken die Seitenverhältnisse sich nicht verändern. Wir werden uns außerdem das rechtwinklige Dreieck genauer anschauen, weil das für die Winkelfunktionen wichtig ist. Zur Erinnerung, ein rechtwinkliges Dreieck hat wie jedes Dreieck drei Seiten, und zwar die beiden Katheten, das sind die Seiten, die am rechten Winkel anliegen, und die Hypotenuse. Warum schauen wir uns das genau an? Weil die Winkelfunktionen in diesem rechtwinkligen Dreieck definiert sind. Was ist eine Winkelfunktion? Naja, was bedeutet Funktion? Eine Funktion hat ja meistens irgendwie so die Form f von x ist gleich irgendwas. Und dieses irgendwas, das hängt ja normalerweise, so wie wir das meistens kennen, von x ab. Die Winkelfunktionen sind jetzt Funktionen, die von einem Winkel abhängen. Ich nenne jetzt nur ein paar Namen. Der Sinus von Alpha ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Das ist einfach die Definition, das werden wir uns nachher genauer anschauen. Der Kosinus ist die Ankathete durch die Hypotenuse, und der Tangens ist die Gegenkathete durch die Ankathete. Wichtig ist, dass du weißt, dass diese Winkelfunktionen eben von einem Winkel abhängen, nämlich von Alpha. Außerdem werden wir uns auch die Umkehrfunktionen von diesen drei Funktionen genauer anschauen. Also die tragen den Namen Arcussinus, Arcuscosinus und Arcustangens, und sind, wie ich gerade gesagt habe, die Umkehrfunktion davon. Ich freue mich, mit dir gemeinsam zu arbeiten. Bis zum nächsten Video. Ciao.